Ja, oder eine Stunde. Ja, oder eine Stunde. Hallo, hallo. Was ist der Plan? Ich bin jetzt hier draußen mit euch Fotos. Aber guck mal, so ist er. Er sagt, wir gehen gerade noch was essen. Jetzt sind wir hier. Ja, war ein Spaß. So, ich wollte das in der Bühne machen. Jetzt da noch ein paar auf den Balkon. Das ist ein bisschen. Ja, ich bin. So, ich bin hier nicht mehr auf dem Rücken. Der Tankpark. Das ist die Grenze. So, der Erste einfach los. Und dann fangen wir an. Ja, machen wir. Ja, der war neulich. So, der war neulich. So, der war neulich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020